Beim FC Bayern bahnt sich möglicherweise eine kleine Überraschung an und zwar steht Leroy Sané laut der Münchner TZ auf der Verkaufsliste. Bekanntlich haben die Bayern ja vor in der Offensive eine Veränderung anzustreben. Den ersten Schritt hat man ja in der Richtung mit der Verpflichtung von Michael Ollis gemacht. Auch Xavi Simmonds soll ja beispielsweise noch kommen und im Gegenzug muss da natürlich ausgedünnt werden. Und wie es aussieht gehören jetzt sowohl Kingsley Coman, Serge Gnabry als auch Leroy Sané zu eben den Verkaufskandidaten. Die allerdings auch alle in gewisser Weise sehr schwer zu vermitteln sind, da alle drei zuletzt auch mit Verletzungspech zu kämpfen hatten. Leroy Sané hatte ja immerhin noch eine gute Hinrunde bei den Bayern, aber in der Rückrunde hatte er ja mit einigen Wehwehchen zu kämpfen, so dass er dort nicht seine hundertprozentige Leistung abrufen konnte. Im Gegenteil, da sah es dann wieder deutlich schlechter aus. Nichtsdestotrotz sah es eigentlich so aus, dass Sané der Spieler ist, der am ehesten bleiben soll. Wo auch eine Vertragsverlängerung im Raum steht. Denn immerhin läuft er seinen Vertrag 2025 aus, sodass man jetzt in diesem Sommer eine Entscheidung treffen muss. Verlängern oder verkaufen. Und da standen die Zeichen ja bis jetzt eigentlich eher in Richtung Verlängerung. Aber laut der TZ soll es angeblich ein Umdenken gegeben haben. Und dieses soll wohl auch mit der EM-Teilnahme zu tun haben. Nicht alle beim FC Bayern sollen über diese glücklich gewesen sein. Und der Hintergrund ist da, dass die langwierige Schambeinverletzung während des Turniers wieder aufgebrochen ist. Und aus diesem Grund musste Sané sich ja jetzt beispielsweise einer OP unterziehen. Ich kann da natürlich schon verstehen, dass man sich da aus Vereinssicht ärgert, dass der Spieler da in dieses Risiko gegangen ist. Und dann trifft tatsächlich noch der Worst Case ein. Aber ich meine, wir haben hier von einer Heim-EM gesprochen. Dass der Spieler da unbedingt daran teilnehmen wollte, kann man jetzt nicht unbedingt verübeln. Aber es war jetzt nicht unbedingt die verantwortungsbewussteste Entscheidung. Plus, dass Sané in seinen Spielen für die deutsche Nationalmannschaft ja noch nicht mal wirklich einen Impact gebracht hat. Allerdings glaube ich, dass wenn die Bayern jetzt tatsächlich bereit wären, Leroy Sané zu verkaufen und es nicht zu einer Verlängerung kommt, dass es dann mutmaßlich nicht ganz so leicht wird, einen Abnehmer zu finden. Eben wegen der aktuellen Verletzung. Wobei er immerhin gegen Ende Juli wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen können wird. Sprich, wir sprechen hier jetzt nicht von einer Ausfallzeit über Monate. Sodass das für einen potenziellen neuen Verein auch kein Totschlagkriterium sein muss. Da fände ich sein Gehalt, welches er aktuell noch bei Bayern kassiert, nochmal eher als Problem. In jedem Fall wird man da jetzt bald eine Entscheidung treffen müssen. Stand jetzt hast du nur noch in diesem Sommer die Möglichkeit, mit ihm gutes Geld zu machen. Willst du vielleicht doch mit dem Spieler verlängern, der insgesamt aber sehr verletzungsanfällig ist. Und bis jetzt auch noch keine ganze Saison konstant auf hohem Niveau durchgespielt hat. Und das zu Bezügen, die er aktuell kassiert, da müsste man im Grunde auch das Ganze zumindest mal leistungsbezogener gestalten. Oder vielleicht kommt es aufgrund der Umstände auch zum Worst Case aus Bayerns Sicht. Nämlich, dass der Spieler vielleicht im Jahr 2025 ablösefrei geht. Ist ja auch noch nicht völlig ausgeschlossen. Und ist gerade generell so ein Ding, wo die Bayern gerade ankämpfen müssen. Du hast Davies, dessen Vertrag 2025 ausläuft. Bei Joshua Kimmich gilt dasselbe. Und jetzt auch bei Leroy Sané. Drei Spieler, mit denen du eigentlich noch gut Geld verdienen kannst. Wo gleichzeitig aber auch der ein oder andere Verein natürlich auch drauf schielen könnte, einen dieser Spieler ablösefrei zu bekommen. Und das macht es ja dann für die Bayern auch nicht allzu einfach. Aber wir bleiben hier auf jeden Fall mal weiter auf dem Laufenden. Auch was dann potenzielle Nachfolger angeht, sollte Sané die Bayern verlassen. Einen Namen gibt es da schon, der durch die Medien geistert. Und zwar handelt es sich um Nico Williams, der eine 60 Millionen Euro Ausstiegsklausel im Vertrag hat. Bei der EM war er ja richtig stark und hat auch bei Athletic Bilbao eine grandiose Saison gespielt. Aktuell hat wohl Barca die Nase vorne, was da eine Verpflichtung angeht. Aber wer weiß, wenn bis zu einem möglichen Sané-Abgang noch nichts in der Richtung finalisiert wurde. Vielleicht kann man das Ganze ja noch hijacken, wie man heute so schön sagt. In jedem Fall könnte es hier nochmal richtig spannend werden. Ein Transfer, der jetzt kurz bevor steht, ist der von Ermedin Demirovic zum VfB Stuttgart. Wie Sky berichtet, könnte der Wechsel an diesem Wochenende endgültig finalisiert werden. Während die Angebote des VfB Stuttgart zunächst vom FC Augsburg abgelehnt wurden, da die Stuttgarter unter 20 Millionen geboten haben, aber der FCA ungefähr 23 haben möchte, waren ein paar Nachverhandlungen nötig. Aber jetzt laut der Bild soll es wohl so sein, dass der VfB 21 plus Boni bietet. Damit dürfte meine Sache jetzt auf jeden Fall mal deutlich näher gekommen sein. An der Ablösesumme wird es also entsprechend nicht mehr scheitern. Und auch der FCA-Geschäftsführer befindet sich momentan auf der Stuttgarter Geschäftsstelle, um den Transfer zu finalisieren. Laut Florian Plettenberg übrigens konnte noch keine vollständige Einigung erzielt werden. Es müssen wohl noch Details geklärt werden, wie immer diese kleinen Details, wir kennen es ja. Und da kommt es dann auch noch auf die endgültige Ablösesumme an. Das Ganze wird aber alles jetzt auch am Wochenende erwartet. Die Mirovic selbst wartet laut Plettenberg nur noch auf grünes Licht, um sich den Medizincheck zu unterziehen. Was jedenfalls die Ablöse angeht, da gibt es auch noch verschiedene andere Berichte, zum Beispiel von FCA-nahen Quellen, wo es heißt, dass man schon am Ende auf die 23 Millionen fix kommen möchte, plus Boni und Weiterverkaufsklausel. Gerade Letzteres kann ich ja schon ziemlich gut verstehen, da man auch bedenken muss, dass der Mirovic am Ende des Tages unter seinen geschätzten Marktwert wechseln wird. Natürlich, das sind jetzt keine Zahlen, wo sich die Vereine unbedingt dran klammern, beziehungsweise die ernsthaft Bestandteil einer seriösen Verhandlung sind. Und nichtsdestotrotz sind da schon in der Regel realistische Richtwerte. Und am Ende des Tages, ob man jetzt die Mirovic für 21 oder 23 plus Boni bekommt, der Preis geht in meinen Augen in Ordnung. Und ich denke, eine Weiterverkaufsklausel, sollte es eine geben, wäre meiner Meinung nach auch in Ordnung. So könnte man sich dann am Ende hinstellen und sagen, dass alle Parteien bei diesem Deal gewonnen haben. Aber wie es genau ausgeht, darauf werden wir wohl nicht mehr lange warten müssen. Es kann jetzt jederzeit passieren, heute, morgen, spätestens übermorgen, denke ich mal, ist das Ding dann auch tatsächlich durch. Dann hat der VfB Stuttgart eine wichtige Planstelle mit einem sehr guten Spieler besetzt. Aber auch da bin ich mal generell gespannt, wie es jetzt im Sturm bei den Stuttgartern weitergeht. Die Undaf-Geschichte ist auch noch nicht lange durch. Da hat sich ja wohlgemut so geäußert, dass man bereit ist, für Undaf sehr weit zu gehen. Aber man wird nicht unvernünftig werden. Und das wirkte schon ein Stück weit so, als könnte der Transfer wirklich platzen. Ich, wie gesagt, ich will jetzt noch nicht zu schwarz meilen an der Stelle. Was aber auch zum Problem werden kann, ist die Geschichte rund um Zero Girassi, der ja im Grunde genommen eine vollständige Einigung mit Borussia Dortmund hat, allerdings durch den Medizincheck gefallen ist. Und auch da wird sich jetzt in der kommenden Woche entscheiden, ob man nochmal 18 Millionen Euro mehr zur Verfügung hat, die man dann wahrscheinlich auch in Dennis Undaf reinstecken würde. Oder ob man tatsächlich am Ende doch noch mit Girassi im Kader planen muss, auch wenn er dann erstmal verletzt auswählt. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass das im Fall Undaf durchaus eine sehr entscheidende Personalie sein kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie es ist. Insoweit lehne ich mich dann definitiv nicht aus dem Fenster. Aber ich denke schon, dass es aus Stuttgarter Sicht einen Unterschied macht, ob du 18 Millionen Euro mehr oder weniger hast für Transfers. Und gerade die Girassi-Geschichte ist ja eine, wo man eigentlich schon ziemlich fest damit geplant hat, dass er den Verein auf jeden Fall verlässt. Immerhin wurde sein Abgang vor kurzem ja auch offiziell angekündigt. Aber gut, bei all dem werden wir selbstverständlich wie immer hier auf dem Laufenden bleiben. Wenn es da was Neues gibt, melde ich mich bei euch. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Ansonsten findet ihr wie immer mein neuestes Video in der Endcard. Schaut da gerne mal vorbei. Und in dem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.